Und ich habe im Team einfach so ne fucking Bodenschwäche Wegen dem Stahltyp ist mein Empolion einfach Weggeschnupft wie Klopapier bei Dünnschiss Volltreffer, volltreffer, volltreffer Volltreffer, volltreffer Volltreffer, mach einfach um volltreffer Haus weg, Haus weg Ja Nein Bitte lasst es zählen Ihr verdammten Fickfotzen Warum hat das Damage genommen? Kann das bitte jemand knippen? Das ist doch unglaublich Das ist doch wohl Tausend Das ist doch glaubst du